Ja, unser heutiges Experiment, wir wollen The Double Board bauen. Und aus diesen zwei Skateboards bauen wir dann The Double Board. Ja, das verbinden wir jetzt mit diesem... Ja, wir haben jetzt so ein Band dran gemacht. Das sollte das Teil festhalten. Geh mal kurz runter, geh mal kurz runter, Maxi. The Double Board is ready. So, Maxi macht jetzt die Testrunde von The Double Board. Das rollt nochmal. Und jetzt wirst du noch die Straße ausprobieren. Und jetzt wirst du noch die Straße ausprobieren. Ja, man sieht das schon richtig coolen Sound, The Double Board. Und jetzt wirst du noch die Straße ausprobieren. Und jetzt wirst du noch die Straße ausprobieren. Das war das Experiment The Double Board. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt wirst du noch die Straße ausprobieren.